Der Künstler Xavier Naidoo gerät wieder einmal in den Fokus der Medien. Diesmal mit einem Lied vom neuen Söhne Mannheims Album, Marionetten, worin er die heutigen Zustände in Deutschland beschreibt. Unsere Medien beschreiben, dass es eine große Aufregung gibt. Dabei sind es sie selbst, die für einen Shitstorm sorgen. Die zeitgleiche Reaktion unserer Medien lässt uns zu spüren geben, dass die Worte vom erfolgreichsten deutschen Künstler was Wahres beinhaltet. Der Systemkritiker bekommt die volle systematische Hetze zu spüren und meldet sich zu Wort. Ich gebe keinem meine Stimme, sondern erhebe meine eigene mit den Mitteln meiner Kunst. Und die ist oft hinterfragend, teils kindlich, im besten Fall zum eigenständigen Denken anregend, manchmal tiefsinnig, vielleicht auch für manche belanglos oder an ihrer Sache vorbei. Gerne auch mal provozierend, aber im gleichen Atemzug stets voller Liebe und Überzeugung für die erwähnten Grundwerte. Die erwähnten Grundwerte 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 Die erwähnten Grundwerte